Die Top 5 der besten Schwimmkopfhörer im Jahr, an Español, Los 5 Mejores Auriculas Paranadar del Agno. Ich bin sehr zufrieden mit den KT1 Bluetooth Kopfhörern. Die kabellosen Ohrhörer haben eine lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden und können mit dem Lade-Advi bequem aufgeladen werden. Die LED-Anzeige gibt mir immer Auskunft über den aktuellen Batteriestand. Die Ohrhörer bieten einen hohen Tragekomfort und sitzen fest im Ohr, auch beim Sport. Der tiefe Bass sorgt für ein tolles Hörerlebnis und die erste PX7 Zertifizierung gibt mir die Sicherheit, dass die Kopfhörer auch bei Regen oder Schweiß nicht beschädigt werden. Ich empfehle die KT1 Bluetooth Kopfhörer gerne weiter. Ich liebe die LED-WIN Bluetooth Kopfhörersport in ihr. Ich benutze sie seit einer Woche und sie sind perfekt für meine Workouts im Fitnessstudio. Sie sind super leicht und passen perfekt in meine Ohren, ohne dass ich mich um ein Heerausfallen während des Trainings sorgen muss. Der Klang ist auch unglaublich, knackig und klar mit wunderbaren Bässen. Die erste PX7 Wasserdichte-Funktion ist ein weiterer Pluspunkt, da ich beim Schwitzen keine Sorge um die Beschädigung meiner Kopfhörer haben muss. Ich empfehle diese Kopfhörer jedem, der einen großartigen Sound und Haltbarkeit während des Trainings sucht. Ich benutze diese Bluetooth Kopfhörer seit einigen Wochen und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Die kabellosen Kopfhörer haben eine sehr gute Basswiedergabe und der Stereoklang ist hervorragend. Die Kopfhörer halten dank ihrer IP7 Wasserdichtigkeit auch bei Regen und Schweiß stand. Der USB-C Ladekoffer ist sehr praktisch und ermöglicht eine lange Batterielaufzeit. Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladestatus an. Die Eng-Mikrofone sorgen für klare Anrufe. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der während des Trainings gerne Musik hört. Ich bin begeistert von den 2023 Upgrade Knochenschall-Kopfhörern. Der 32 GB Speicher ermöglicht es mir, meine Lieblingsmusik ohne Unterbrechungen und ohne ständige Verbindung zu meinem Telefon zu genießen. Die IP68 Wasserfestigkeit ermöglicht es mir, sogar beim Schwimmen Musik zu hören, ohne mir Sorgen um Schäden an den Kopfhörern zu machen. Die Bluetooth-Verbindung ist schnell und stabil und ich genieße das Kabelloserlebnis. Die Klangqualität ist hervorragend und ich liebe es, dass der Knochenschall-Kopfhörer auch beim Laufen bequem zu tragen ist. Auf jeden Fall ein großartiges Produkt für jeden, der gerne aktiv ist und Musik hört. Ich bin begeistert von den Knochenleitungskopfhörern für Schwimmer. Das eingebaute 16 GB Speicher und die Wasserdichtigkeit machen sie perfekt für ein Training im Pool. Die Bluetooth 5.2-Funktion ermöglicht eine drahtlose Verbindung, die ultraleichten Open-Ear-Kopfhörer sind bequem und ideal für das Laufen oder Schwimmen. Der Sound ist klar und die Passform ist perfekt, ohne übermäßigen Druck auf den Ohren. Ich kann diese Kopfhörer wärmstens empfehlen, besonders für alle, die gerne schwimmen und ihre Lieblingmusik hören möchten. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.